Vivi hat einen neuen Community Manager. Wer das ist, klären wir in diesem Video auf. Außerdem schauen wir uns drei bevorstehende Comic Drops auf der Vivi App an, sowie auch nochmal viele weitere Themen, zum Beispiel über Stacker, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Video. Die letzten 5-6 Tage kam tatsächlich kein Video, einfach aus dem Grund, weil ich empfunden habe, dass es nicht genug los war, um wirklich auch ein Video zu machen. Und dementsprechend gibt es erst heute, nach so vielen Tagen, wieder ein Video. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt auch direkt rein in die News. Und starten würde ich an dieser Stelle mit dem neuen Community Manager. Und zwar ist das nämlich MyCollectibles, einer, der tatsächlich auch vorher in der Community schon YouTube gemacht hat. Für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist ein englischsprachiger YouTuber, der unter anderem aus Kanada kommt und meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr sympathisch ist. Ich habe ihn auch schon selbst getroffen und er ist jetzt der neue Community Manager von Vivi. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Für mich persönlich auf jeden Fall ist das eine sehr gute Wahl, denn MyCollectibles ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ, muss man wirklich sagen. Von daher, ich wünsche ihm auf jeden Fall hier alles Gute und ich würde sagen, wir starten ins nächste Thema rein. Starten wir rein mit dem ersten Comic Shop, den wir sehen werden und zwar nicht am 23. April. Das heißt am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit und hier wird das Iron Man Hashtag 1 sein. Aus dem Jahre 2004 mit der First Appearance of Extremis. Und wir werden hier natürlich auch, ja wie immer, fünf Cover Varianten sehen. Für mich persönlich hier die Altria sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ansonsten ist das Comic für mich persönlich auf jeden Fall nicht wirklich cool vor den Covern. Wir haben hier insgesamt einen Total Edition Size von 5000 Stück, einen Listenpreis von 7 Gems. Ja, für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Skip an dieser Stelle, denn wenn man sich auch die Go-Collect-Daten hier anschaut, dann sieht man doch relativ schnell bei der 9.8 gerade mal 38 Dollar ist einfach nicht gerade viel. Kommen wir zum nächsten Star Wars Comic und zwar nämlich der Rise of Kylo Ren Hashtag 1. Und hier wird es natürlich wie immer auch fünf Cover geben. Das Ganze werden wir am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Und wir haben hier natürlich wie immer diese fünf Cover. Für mich persönlich, ja auch als Star Wars Freund, sind die jetzt nicht sonderlich cool. Die Secretress sieht jetzt nicht allzu schlecht aus. Dennoch gibt es auf jeden Fall bessere Cover. Der Listenpreis hier wird insgesamt 7 Dollar wie immer betragen. Unter anderem auch eine Total Edition Size von 5000 Stück, was jetzt relativ standardmäßig scheint. Und wir haben hier natürlich auch nochmal die Go-Collect-Daten. Und diese sind jetzt, ja, mehr oder weniger auch ernüchternd mit einer 9.8 Grammar 210 Dollar. Ist schon ein bisschen mehr als bei den meisten Comics. Dennoch aber mit 158 Grades auf jeden Fall, ja, nicht so gut, muss man ehrlicherweise sagen. Kommen wir zum nächsten Comic und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 14 aus dem Jahre 2022. Und dieses Comic werden wir am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Mit der First Appearance auf Hello's Eve. Und hier werden wir natürlich auch, wie immer, 5 Cover sehen. Und diese schauen wir uns mal ganz kurz einmal an. Für mich persönlich hier auf jeden Fall die Rare wie auch Secretress. Sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Eher so ein Style zu Halloween. Ich finde, da hätte es etwas besser gepasst. Finde ich etwas seltsam, dass sie das tatsächlich jetzt einfach so random bringt. Insgesamt haben wir einen Listenpreis von 7 Dollar, wie immer natürlich. Und eine Total Edition Size von 5000 Stück. Und insgesamt hier, wie gesagt, mit der First Appearance auf Hello's Eve. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch nochmal auf Go-Collect an. Hier haben wir auf jeden Fall einen Listenpreis von der 9.8 gerade mal bei 50 Dollar. Also auch hier kein allzu teures Comic. Und wir können uns ja zum Beispiel auch mal hier die Variant Cover anschauen. Zum Beispiel von der Rare. Wie die denn eigentlich so performen. Und die performen jetzt aber auch nicht so viel besser. Eine 9.8 hier gerade mal mit 40 Dollar. Also man sieht auf jeden Fall schon, auch das Comic ist nicht gerade allzu stark. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar nämlich zu Stacker. Denn Stacker hat es jetzt möglich gemacht, dass ihr auch euren Vivi-Account mit der Stacker-App verknüpfen könnt. Und jetzt ist vielleicht so die Frage, okay, warum sollte ich meine Daten bei einer App angeben, die eventuell mir die Daten da klauen könnte. Und da ist die ganz einfache Antwort meiner Meinung nach. Es ist erstmal eine relativ vertrauenswürdige Plattform, meiner Meinung nach jedenfalls. Der Owner ist bekannt. So wie auch, also ich persönlich kenne die zum Beispiel auch. Das ist ja von Dr. Profit seine Plattform. Und ein paar Leute, die halt auch im Hintergrund da aktiv sind. Und diese Leute sind auf jeden Fall dabei, natürlich auch diese gesamte Experience für die Community zu verbessern. Und was meiner Meinung nach der einzige Grund sein könnte, ist, warum man jetzt hier den Vivi-Account verknüpfen kann, dass es in irgendeiner Weise dann auch natürlich Interaktionen mit Stacker und Vivi geben wird, die sehr viel weitreichender sind, als einfach nur seinen Account zu analysieren oder irgendwelche Analytics abzurufen von der App. Also wie viele Collectibles zum Beispiel heute verkauft wurden, etc. Ich denke, darüber geht es auf jeden Fall hinaus. Und das beschreibt auch nochmal ganz gut der Tweet von David Yu. Until we meet again, we have created a new Account System on the Stacker Platform. Stay tuned, there is more to come. This is just the beginning. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr interessanter Hinweis darauf, dass hier mit Stacker auf jeden Fall noch sehr viel mehr kommen wird. Und dass es auf jeden Fall nicht das Ende ist, wo wir jetzt momentan sind. Da wird es auf jeden Fall noch weiter gehen. Meine Vermutungen gehen hier auf jeden Fall in Richtung Wallet-mäßig. Also, dass man eventuell auch sogar Omidot kaufen könnte über Stacker und dann sozusagen direkt in die Vivi-App machen könnte. Da sind auf jeden Fall eine Menge, Menge Optionen offen, wie sich das hier entwickeln kann. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr vermutet, in welche Richtung das hier auch mit Stacker und Vivi gehen könnte. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video zum Sonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall am Montag einen schönen Wochenstart. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream. Und bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.